Diese Profi-Squadbuster-Tipps musst du kennen, um besser zu werden. Ich verspreche es dir, wenn du diese Tipps richtig umsetzt, wirst du deutlich besser. Fangen wir an mit einer Sache, die im Kampf richtig effektiv werden kann, nämlich wie du schneller schießen kannst. Du hältst dieses blaue Button rechts gedrückt, genau das hältst du und bleibst stehen. So kannst du deutlich schneller schießen. Die nächste Sache, um mehr Runden zu gewinnen, ist, spielt nicht so offensiv. Ja, sogar ich spiele nicht so offensiv und habe nach einem Tag schon richtig gute Prozesse gemacht. Also nicht so offensiv spielen. Spielt erstmal so ein bisschen auf Juwelen, macht euch mehr Charakter, also damit euer Squad besser wird. Das heißt auch, dass ihr viele Kämpfe vermeiden solltet, denn es kann dazu führen natürlich, dass ihr sterben werdet und das ist nicht so gut. Goldbäume. Hört sich basic an, aber hört mir mal zu. Goldbäume sind so eine wichtige Sache und die müsst ihr einfach mitnehmen. Nämlich könnt ihr die goldenen Bäume mit dem Greg sozusagen abfällen und das bringt euch einiges Gutes. Coins sind auch wichtig. Nämlich brauchst du einfach viele Coins, deswegen sei nicht faul, sondern geh einfach Coins farmen, damit du einfach schneller neue Truppen sozusagen auswählen kannst. Und ja, jetzt kommt auch was richtig Krasses, was euch richtig dolle helfen wird. Nämlich kannst du einfach deine Bombe bewegen. Im Hintergrund siehst du es, wie das geht. Du hältst einfach die Bombe gedrückt und schiebst die dahin, wohin du die auch hinschießen willst. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ciao. Ciao.